Und solche Items hortet man am besten, oder ich weiß nicht, also okay, da kenne ich mich nicht gut genug mit aus mit dem Spiel. Hortet man sie oder setzt man sie früher ein, weil wenn ich sie jetzt einsetzen würde, würden sie dann nur jetzt 5 oder 10% meiner jeweiligen Sache erhöhen, oder würden sie generell die Steigerungsrate, mit der das Pro-Level steigt, erhöhen. Das ist meine Frage, wenn jemand diese Antwort darauf weiß, dann sie bitte an Funk Royale bei YouTube senden. Danke schön, ich wäre euch sehr verbunden. Und ihr wärt mir auch sehr verbunden, wenn die Kämpfe hier irgendwie schneller gehen würden, aber wenn ich die rausschneiden würde, Klinge, sehr geil, wenn ich diese Kämpfe rausschneiden würde, dann hätten wir ungefähr alle 3 Sekunden einen Stopp und ich würde nicht zum Erzählen kommen. Und das wäre, kurz gesagt, Schwachsinn. Äh, warum gehe ich auf Techniken? Ich habe gerade nach unten geguckt, weil ich auf irgendwas in meiner Wohnung getreten bin. Ach, Klinge. Warum habe ich mir alles gekauft, was ich jetzt gar nicht brauche? Mann, oh. Moment, können wir Chester ausrüsten? Mit deinem Kettelhemd. Ja, gut. Nimmst du ein bisschen weniger Schaden, Chester. Alles gut. Äh, ich hätte da nach unten gesollt, ne? Ja. Gehen wir... Boah, Gegner. Naja. So. Und, und, yes. Äh. Einfach immer alles normal. Also die Kämpfe hier sind noch sehr einfach. Das heißt, hier kann ich noch fast normal mit euch reden. Muss mich nicht zu sehr darauf konzentrieren. Welche Tasten ich als nächstes drücke, welche Technik als nächstes kommt und... Oh, speichern wir doch mal. Hop, 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 hop. Jupp. Und wir spielen schon eine Stunde 37. Käse. Große Statue. Ich glaube, diese Statue kann man bewegen. Es hat sich bewegt. Was? Brrrr. Bäh, was ist denn jetzt los? Oh Gott. Aber... Oh, Arsch. Oh. Yes, yes. Nein. Gut. Oh, oh. Boah. Oh, Mr. Arsch. Ah, jetzt sind wir gestunt. Ja, die Gegner können uns auch stunnen. Okay, Mint. Hammer. Hihihi. Sehr gut, Mint. Sehr, sehr gut. Ah, und er ist tot. Oh Gott. Äh, irgendwie... Ein Golem ist schon, äh, schon... Ist schon ein Golem, ne? Also ist schon groß und so. Ja, und wir können den Golem... Irgendwie machen wir es ganz einfach, den zu schieben. Brrrr. Oh. Nicht nochmal ein Golem, oder? Nein. Nur Skelette. So. Und ein Untoter. Habe ich übersehen. Gut. Und den Psyon Blitz mal wieder. Mein Schinken. Mein Schinken. Yeah. Ah, totgemacht. Über Fang Royale. Ja, aber wie ihr merkt, ähm, ich werde bei dem Spiel auch ruhiger. Also ich bin... Okay, ich bin... Vielleicht... Mir fällt das noch nicht auf. Aber das Aufgedrehte, würde ich sagen, ist nicht ganz so schlimm. Und das tut uns allen ein wenig gut. Gut, später werden wieder Sachen im Spiel kommen, wo ich aufgedreht werde. Aber auch bei Super Metroid gab es ja Sachen, wo ich ruhig war, besonnen, ein wenig in mich gekehrt. Und genauso wird es hier auch Sachen geben, wo ich total ausrasten werde. Und auch Sachen, wo ich nicht ausrasten werde. Definitiv. Und ich glaube, hier lang. Jupp. Da möchte ich dich gern draufstellen. So. Aber wir gucken erstmal... Ne, wir gucken gleich da rein. Ja, wir gucken gleich da rein. Und Skelette töten. Ja, ähm, Maximal-Level ist bei dem Spiel, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, 99. Ich habe es nie so weit geschafft. Ähm, also ich würde aber mal schätzen 99. Wir gucken mal gleich in den Status-Bildschirm und können testen, was denn da am besten, äh, da, 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 Status. Okay, Level, da könnte auch ehrlich gesagt irgendwie ne 9000 reinpassen. It's over 9000! Ähm, egal. Ja, sowas muss doch sein bei mir manchmal. Und eine blaue Schatztruhe, sehr gut. Ich liebe blaue Schatztruhen. Mh, liebe ich die. Ich liebe, 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 liebe blaue Schatztruhen, drohen, 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 drohen. Ja, ja, ja. Und Majinken! Okay. Wir müssen den Majinken ein wenig besser machen. So. Und auch mein Double-Kick. Booms. Ah, mittlerweile läuft's ganz gut. Chester-Level-Up. Sehr gut, Chester. Machst ein bisschen mehr Damage, ne? Und, fang. Dieses Ding strahlt eine seltsame Energie aus. Am besten, wir nehmen es mit. Den Spitzrubin gefunden. Okay, mal schauen. Was ist das? Schätze? Spitzrubin. Ach ja, Schätze. Gibt's hier oben auch. Ein lebendiger Edelstein öffnet verzauberte Türen. Achso, damit können wir ganz oben die Tür aufmachen. Und ein kleiner Sack, ein Nahrungssack kann 200 Lebensmittel tragen. Naja. Ist nicht das interessanteste für uns Lebensmittel. Nö. Also erstmal nicht. Vielleicht später kann mich ja mal jemand informieren, ob Lebensmittel wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Ich glaube aber erstmal für mich nicht. Ich weiß, also ich glaube, ich habe es herausgefunden, was sie machen. Sie können, wenn man läuft, die HP wieder auffüllen. Ist ja auch gut zu wissen, aber so dringend brauche ich das jetzt nicht. Ehrlich gesagt. Nö. 14 Erfahrungen. Bla, Heilflasche. Ja, wir sammeln erstmal Gold und Erfahrungspunkte und Items. Okay, hier rein. Äh. Zu viele Gegner. Und erstmal das Skelett. Ja, und immer den Abstand von dem Gegner auch nehmen. Also weil auf der anderen linken Seite ist jetzt ja ein Untoter, der Chester schon angreifen könnte. Aber Chester nicht ihn, weil ich ja einen anderen Gegner anvisiert hatte. Deswegen ist es so erstmal besser. Jupp. Ja, da. Jetzt gehen wir hier oben lang. Schumsch. Oh, sehr gut. Orangen Bonbon. Heilflasche. Und Carmen Bear. Aber du kannst ihn nicht mehr tragen. Ach, dann benutzen wir doch mal einen Carmen Bear, oder? Jo. Ähm. Ne, dann machen wir Nahrung zuerst. Carmen Bear. Jo. 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 Danke. Carmen Bear. Ha, ha, ha. Von wegen, ich kann nicht mehr tragen. Äh. Da, 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 da. Ach, ich mag die Musik so sehr. Also bei dem Spiel werde ich auch nicht irgendwie einmal daran denken müssen, eine andere Musik anzumachen. Ja, das ist so schön, das ist so schön. Ach, hier. Hier, links rum. Oh, verdammt. Verdammt. Verdammt, verdammt. Aua. Ah, es tut mir so weh. So. Haben wir mal zugestochen. Bringt auch was. Apfelbonbon, Apfelbonbon. Sehr schön. Und Mint könnt uns heilen gleich mal im nächsten Kampf. Damit ihr auch mal wieder seht, was die Mint alles Gutes kann. Und der nächste Kampf ist ja auch nicht weit entfernt, ne? Ah. Aber später gibt's auch Items. Ah. Um die Gegnerwahrscheinlichkeit um 50% zu verringern. Um 100% weiß ich nicht. Hab ich noch nicht gefunden. Ah. Und wir schauen einfach mal, wie es weitergeht mit dem Spiel. Weil ich habe damals kläglich versagt, öfter. Also das ist ja auch so zwei, drei Jahre her, wie gesagt. Aber damals habe ich auch noch mit Safe State Dichter Nebel gelernt. Hm. Mal gucken. Äh, damals habe ich auch noch mit Safe States gearbeitet und habe trotzdem verloren. Also eventuell lerne ich jetzt hier mehr Dichter Nebel. Blendet die Gegner. Okay, äh, Moment. Möchte ich... Ach. Ach, verdammt. Was mache ich? Moment. So, 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 so. Danke. Ähm. Ja, eventuell lerne ich jetzt hier durchs pure Spielen, äh, durch pure Gegner nacheinander, ähm, wesentlich mehr, wie man kämpft. Weil damals muss ich dieses Spiel einfach aufgeben, weil es mir zu schwer wurde. Da hatte ich einfach keine Chance mehr. Für mich. Oder ich habe einfach irgendwas Falsches gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Ist ja auch lange her. Der Funk Royale vergisst auch mal Sachen. Das darf er ja auch. Er ist ja auch nur ein Mensch. Ja, ja, ja. Auch wenn er sich öfter mal Gott nennt. So, hier geht's nach unten. Äh, geht's hier nach unten? Jo, hier geht's nach unten. Oh mein Gott, das ist zu groß. Oh Gott. Und das ist nur einer der ersten Dungeons. Und die werden später noch größer und noch blöder, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch der letzte Dungeon. Und au! Au! Ah, Mint. Mint, danke. Toll. Okay, sie heilt uns also doch auch mal automatisch. Sehr lieb von dir, Mint. Echt? Da hat ein Joedo! Was sagt sie? Moment. Wir hören mal zu. Hm. Da nimm ein Deo, verstehe ich. Da nimm ein Deo! Naja. Vielleicht ist ein Japano-begabter Mensch unter euch da draußen, der mir sagen kann, was Mint denn da sagt. Ja, da und was das heißt. Geschafft oder, ich weiß es nicht. Carmen Bear. Oder wofür ein Carmen Bear gut ist. Leute, schreibt es mir, Funk Royale. Ohne Plan. Let's play mit Funk Royale. Bla, 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 bla. So, und alles wieder. Link rum! Also, es werden hier gerade auch ein wenig zu viele Kämpfe, aber die Kämpfe, naja, ich muss ja auch nicht alle kommentieren. Man kann ja ein wenig über sein Leben reden. Ja, ich habe jetzt wieder ein paar Tage frei, yippie yippie. Also, heute, äh. Naja, nicht den ganzen Tag, nein, um 15 Uhr muss ich weg Aber das interessiert euch nicht, weil wenn ihr das hört, dann ist es ganz bestimmt übermorgen Und ihr denkt euch, 15 Uhr Donnerstag ist doch schon lange vorbei Ja, auf jeden Fall Ich werde in der Nacht viel aufnehmen können, worauf ich mich freue Und am Freitag viel aufnehmen können, am Sonntag auch viel Und am Sonntag nichts, weil am Sonntag muss ich andere Sachen machen Aber das heißt, die nächsten 2-3 Tage Kommt eventuell viel auf euch zu, Tales of Fertasia mäßig Wir werden weiter in die Story eindringen Weiter, ja, und Blitzschlag Ja